Halbwürdig, Halbwürdig, Denise, Ertel oder so was. Und dann hat die auf dem Tisch, wo ich esse, hat die ihren Hund dann durchgebreitet. Das heißt, es ist nie einfach, das war dein Flugpony hier vom Tisch, wo ich esse. Ist ja widerlich. Also ich bin ja Kummer gewöhnt, mein Hund hat auch schon mal über einen Tisch. Aber ich musste in der Tisch in Höhe rausgewachsen. Aber es ist besser, jetzt liegt, alles ist gut. Georg ist konsequent, jetzt ganz ruhig weggehen, alles super. Guck mal, ist doch prima. Guck mal. Guck mal, ist doch ein Teamale? Guck mal, ey, Guck mal, Guck Guck Wow, das wäre faszinierig.